liebe leute ich habe es endlich auch bekommen bestellt aus dem internet wie immer und ihr könnt wahrscheinlich schon im hintergrund sehen was es dabei geht nämlich das lego star 7 5 3 2 4 dark trooper attack set mit einer uvp von 30 euro vier minifiguren und 166 teilen von den freien funktionen her gibt es nicht groß zu berichten außer drei stück eben einmal den aufzug selbst den man in der mandalorian episode der letzten sieht wo luke skywalker dann eben rauskommt aufsteigt emporsteigt haben wir noch hier einmal einen schieberegler womit man die lux force push oder force anziehung simulieren kann und dann haben wir halt hier noch einmal so dreh schieberegler womit man einfach mal ja den look draufsetzen kann und dann eben er mit seinem lichtschwert dann den dark trooper dann umhaut ich würde aber nicht mal länger weiter da rumbleiben sondern man gleich mal das set selber mal anschauen bevor wir jetzt aber erstmal zu dem set selbst gehen mit dem korridor gucken wir erstmal uns die minifiguren an und zwar gehen wir mal ja gleich mal mit dem luke skywalker dem star des der szene durch sagt man mal oder vielleicht sind es auch sogar die dark trooper selbst da haben wir jetzt erstmal die neue version von den ganzen kapuzen die es mittlerweile gibt anschließend haben wir noch hier dieses spongy cape ist wesentlich besser angenehmer und strapazierfähiger als die damaligen capes die ja quasi wie also vom gefühl her wie papier waren genau der wenn man einmal die kapuze mal weg macht kann man sehen dass er hier dann noch einen wendegesicht hat eben es schaut ein bisschen grimmiger drein prints sind auch hinten ist auch hinten der bedruckung und keine arm bedruckung sonst standard was halt gleich auffällt ist halt eben auch noch dieser 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 lichtwerk nicht schwarzen haken womit die sie eben ihre lichtschwerte einhaken können ja genau damals hier noch hier auf der rückseite noch die dark trooper diese freien noten würde ich mal sagen dienen zum einen auch dazu die waffe eben hinten zu verstauen soweit ich mich noch erinnern kann zum anderen aber auch zum anderen aber auch hatten diese phase 3 dark trooper auch die möglichkeit am rücken raketenwerfer zu haben ziel suchen raketenwerfer könnte man sich da was nettes daraus modifizieren basteln ja schaue ich mal was ich da aus meinem repertoire machen kann was möglich ist also an sich vom design her auch recht gut getroffen wenn ich gar nicht so schlecht ja also mir gefallen die auf jeden fall gut abgebrochen mir gefallen die auf jeden fall sehr gut die dark trooper werden auch sind auch allgemein jetzt beliebt geworden schade dass die in dem ein set nur einmal vorhanden war hier haben wir die jetzt gleich dreimal das wären mal die figuren dann wenn wir mal gleich mal kurz direkt zu dem set mal schauen so dann haben wir jetzt hier den korridor von uns was eben ein hauptshow platz von dem set hier darstellt da habe ich mir jetzt ein paar figuren mal schon mal drauf gestellt für die funktion hat also was wir halt auf jeden fall was halt ein bisschen schade ist es halt hier dieses dieser dieser loch wirkt sich ein bisschen komisch dann aus wenn man jetzt hier vielleicht einen schwarzen hintergrund ressource hin bastelt oder hinstellt kann man es gut als diorama dann weiter verwenden und hier wird es aber dann auch sicherlich mehrere alternative bild geben oder halt eignet sich allgemein auch das set dann mehrmals auch zu sich besorgen um eben diesen korridor entweder auf die länge zu ziehen wo schon einen gibt und ja oder man stellt sich halt daneben dran das zweite schauen wir uns auch gleich noch an genau jetzt gehen wir erst mal auf die funktionen rein und zwar hier der aufzug geschmeckt zu und dann kann man hier eben oben an dem zahnrächtchen drehen und sehen wir halt dann wie luke erscheint und ja sich dann durch die ganze tante durchmetzelt beachten ist zu beachten ist wer halt hier eben dass man dann seine hand eben entsprechend umdreht damit das lichtschwert bisschen hier richtig rein geht diese scheibe weil ansonsten würde der sich dann eben hier oder hier anstoßen und halt nicht mehr weiter vorankommen genau dann haben wir halt noch hier diesen kleinen schieberegler hat den sinn und zwar jetzt hier rausnehmen und die dann da drauf setzen ich hätte wenn wir jetzt manchmal mal so jetzt halten und wenn jetzt mal dann den tag trooper hier vorne drauf sitzen dass man hier an dem schieberegler dann dreht und den tag trooper hat halt hier raus haut es haut jetzt den luke selber raus weil ich den tag trooper hier ziemlich fest angesetzt habe mit dem ein bisschen sanft habe ich mal das sanfter jetzt ja gut funktioniert nicht mal ganz diese funktion wird man auch nicht öfters benutzen was aber cool ist wie ihr hier gleich mal sehen könnt gibt es hier so ein schieberegler und den hat der sie ist den sinn und zweck wenn man jetzt hier den tag trooper dann mal ansetzt diese eine noppe luke skywalker dort kann man dann ganz gut dann eben die szene dann eben nach spielen simulieren wie flug daneben sein von spol oder post buschern benutzt eigentlich eine ganz nette funktion coole funktion ja schon schon spaß dann wäre es eigentlich von den funktionen auch schon ich finde halt eins hat alleine mit da drei tag trooper ist halt ein bisschen bisschen wenig was natürlich besser als nur drei tag trooper sind sind sechs tag trooper macht schon mal viel mehr was her sieht halt einfach gut aus sieht einfach geil aus die tag trooper gab es hier in drei phasen phase 0 1 2 und 3 die version die wir hier haben ist eben die phase 3 das war jetzt zum die ultimativen kampf truppen vom imperium gewesen das war es eigentlich auch schon zu dem set wie gesagt wenn man zweites hat oder halt mehr kann man zum beispiel hier so machen um die lücke halt zu schließen ja da wird es aber kann man auch viele verschiedene modifikation damit machen man kann es auch einfach so oben drauf stellen wenn man will ja für mich lang zwei stück einfach nur um sechs von den truppen zu haben und ja also ich bin ganz zufrieden mit dem set 30 euro vp wer ist denn auf jeden fall zu teuer lieber dann bei den händlern für wenn überhaupt wenn es nicht anders anders billiger gibt als 25 euro ansonsten wird es bestimmt sicherlich dann ein paar monaten für 20 euro dann im handel auch geben das war es dann auch schon mit dem set ich bin ziemlich happy damit und kann ich nur empfehlen mal sich das set mal genauer anzuschauen oder halt sich selbst zu besorgen da wird man auf jeden fall schon seine freude haben finde ich einfach helfen wenn man sich das auch so hinstellen will passt genauso ja dem sinne sag ich dann vielen dank fürs zuschauen noch ein erfreuliches bauen soll ich sagen bis dann liebe leute ich habe sie jetzt auch bekommen bestellt auf dem internet wie immer und zwar handelt es sich liebe leute ich habe es jetzt auch bekommen bestellt aus dem internet wie immer und zwar gehen wir jetzt heute dem lego star wars zu bau scheiße ja liebe leute ich habe es jetzt endlich auch bekommen ja gut jetzt habe ich kamerisch liebe leute ich habe es letztendlich auch bekommen bestellt aus dem internet wie immer und zwar handeln behandeln liebe leute ich habe es jetzt auch bekommen bestellt aus dem internet ihr seht es wahrscheinlich schon im hintergrund oder auch in vielen ansichten hier was ansichten liebe leute ich habe es jetzt endlich auch bekommen bestellt aus dem internet wie immer und ihr seht es wahrscheinlich auch im hintergrund worum es auch geht und zwar geht es ums lego star wars set 75324 da getrapt